Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten, Multiplikation von 3x3 mit einer 3x3 Matrix. Ja, wie sieht sowas aus in der Realität? Dann nehmen wir mal eine Matrix, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1, 2, 1 und die multiplizieren wir mit einer ebenso einfachen 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. So, wie gehen wir hier vor? So, jetzt brauchen wir hier eine bisschen größere, damit wir hier gleich alles reinbringen. So, wieder, um dieses Element hier, das 1, 1er Element zu bekommen, brauche ich wieder erste Zeile mal erste Spalte. Sieht dann so aus, 1 mal 1, 1 mal 1, plus 2 mal 2, plus 1 mal 3. So, dann das zweite Elementchen, ich sehe schon mit dem, wird es ja schon, das zweite Elementchen hier, brauchen wir erste Zeile, zweite Spalte. Ergibt, ich schreibe es jetzt mal drunter, 1 mal 1, plus 2 mal 2, plus 1 mal 3, plus 1 mal 3. So, dann dieses Elementchen, erste Spalte, äh, erste Zeile, dritte Spalte, das ist dann die 1 mal 1, plus 2 mal 2, plus 1 mal 3. Ich hoffe, ihr könnt das noch lesen. So, jetzt geht es weiter mit zweiter Spalte, äh, zweiter Zeile, erster Zeile, erster Spalte. Das ist 2 mal die 1, plus 1 mal die 2, also 2 mal die 1, 1 mal die 2, 2 mal die 3, plus 2 mal die 3. So, dann geht es weiter mit zweiter, zweiter. Da haben wir 2 mal 1, 2 mal 1, plus 1 mal 2, 1 mal 2, plus 2 mal 3. So, und dann zweite Spalte, äh, zweite Zeile mal dritte Spalte. Ergibt dann 2 mal 1, plus 1 mal 2, plus 2 mal 3. So, dann die letzte, dritte Zeile, erste Spalte, ist somit 1 mal 1, plus 2 mal 2, plus 1 mal 3. Und dritte Zeile, zweite Spalte, 1 mal 1, ist die 1 mal 1, plus 2 mal 2, 2 mal 2, plus 1 mal 3, 1 mal 3. So, und das letzte, dritte Spalte, äh, andersrum, dritte Zeile mal dritte Spalte, ist 1 mal 1, plus 2 mal 2, plus, schreibe ich es drunter, 1 mal 3. So, jetzt noch, schön ausgerechnet, ergibt das 1, 1 plus 4, ist 5, plus 3 ergibt die 8. Hier in der Mitte ergibt 3, und 4 ist 7, und 1 ist 8. Und hier ergibt sich 3, plus 4, ist 7, plus 1 ist 8. Hier ergibt sich 6, plus 2 ist 8, plus 2 ist 10. Hier ergibt sich 2, äh, hier ergibt sich 6, 6 plus 2, plus 2 ist 10. Hier ergibt sich 2, 2 plus 2, plus 6 ist auch 10. So, hier haben wir 3, 3 plus 2, äh, 3 plus 4, ist die 7, plus 1 ist die 8. Hier haben wir 3, 3 plus 4 ist 7, und die 8. Und hier haben wir 4, plus 1 ist die 5, plus 3 ist die 8. Ihr seht schon, das Beispiel wurde wieder so von mir gewählt, dass man schon an der Lösung sieht, es könnte stimmen, es muss eigentlich stimmen. Und somit verabschiede ich mich hier bei der Multiplikation von 2, 3 auf 3er Matrizen. Ich hoffe, meine Liebe, hat euch gefallen, würde mich über einen Daumen hoch freuen. Euer Mathematik in 5 Minuten.